Wie halten es die Deutschen aber insgesamt mit der Frage, Ankauf von Staatsanleihen oder nicht? Das hat Jörg Schönborn auch im neuen ARD-Deutschland-Trend gefragt. Stehen die Deutschen da hinter ihrem Bundesbankpräsidenten Weidmann und seiner Ablehnung des EZB-Plans? Ja, das tun sie und ich glaube vor allen Dingen emotional. Ihnen kommt das einfach redlicher vor, vor allen Dingen aber vertrauter aus alten D-Mark-Zeiten. Und so gibt es ganze 13 Prozent, die die heute beschlossenen Pläne für richtig halten. Die große Mehrheit, 50 Prozent, lehnt das ab. Aber interessant finde ich, dass uns immerhin 36 Prozent gesagt haben, die Dinge sind so kompliziert, ich traue mir da kein Urteil zu. Trotzdem, die Mehrheitsmeinung ist klar. Zwischen den Deutschen und den meisten anderen Europäern ist in der Geldpolitik ein tiefer Graben. Umso interessanter, dass diese Distanz auf anderen Politikfeldern nicht spürbar ist. Wir fragen die ganze Krise hindurch immer wieder, wollen sie denn künftig in der Europäischen Union mehr gemeinsame Politik? Oder wieder wie früher weniger? Und die Entwicklung ist absolut stabil. Über die Krisenmonate hinweg eine Mehrheit von derzeit 57 Prozent ist für mehr gemeinsame europäische Politik in der Zukunft. Eine Minderheit von 39 Prozent für weniger. Trotz der Geldpolitik, die Deutschen stehen also zu Europa. Also drunning zur Geld pläne, etwas steuern. Und die einfache sind die Vielen Dank.